Log4J hat gerade eine Schwachstelle, genannt Log4Shell. Das BSI hat vor kurzem sogar die Alarmstufe Rot ausgerufen. Ihr erinnert euch an meinen Hack des Jahres, den ich ja überall schon vor ein paar Wochen hochgeladen habe. Tja, der hatte Warnstufe Orange. Das heißt, ich muss mich revidieren, der Hack des Jahres war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bekannt. Und ihr bekommt eine verdammte Analyse des Hacks des Jahres und wenn noch 10 rauskommen, dann mache ich die alle. Heute also Log4Shell in den technischen Details. Kleine Anmerkung hier, das Video ist Teil meines Kanals The Morpheus Tutorials. Das heißt, dieses Video richtet sich an ein Fachpublikum, die mit der IT vertraut sind. Auf meinem zweiten Kanal The Morpheus Vlogs, Link ist in der Bio und die ist in der Beschreibung verlinkt, gibt es keine Analysen, dafür aber eine Zusammenfassung aller Dinge, die passieren, Handlungsempfehlungen etc. Dort dann auch für Nicht-Informatiker. Also wundert euch bitte nicht, wenn ich hier ein bisschen Fachchinesisch spreche. Dieser Kanal ist für die, die eben genau dieses Chinesisch ebenfalls sprechen. Okay, here we go. Log4Shell ist eine Schwachstelle in der sehr, sehr populären Java-Bibliothek Log4J. Das ist das, was ihr hier Schönes seht. Damit betreibt man Logging und das Projekt wird von der Apache Software Foundation tatsächlich weiterentwickelt. Log4J ist der de facto Standard für Logging. Das heißt, Log4J ist quasi die häufigste Logging-Library für Java insgesamt. Und Java ist im Unternehmenskontext, aber auch privat enorm häufig. Minecraft-Server zum Beispiel nutzen Log4J. Jitsi nutzt Log4J. Die meiste Unternehmenssoftware nutzt Log4J. Und Log4Shell, das ist jetzt der Angriff. Das Ding heißt offiziell CVE 2021, 44, 22, ist im Endeffekt Improper Input Validation. Der Name spricht hier für sich, das wisst ihr ja. Ihr kennt vielleicht die Schwachstellen-Kategorie aus C mit dem Format String-Exploits. Ihr könnt das Ganze nachprobieren mit der Log4J-Version 2.14, denn ab 2.15 ist der Bug gefixt. Das heißt, ihr wisst auch schon, was ihr zu tun habt. Nämlich patchen. Und zwar ganz, ganz dringend. Solltet ihr aber im besten Fall tatsächlich sogar schon gemacht haben. Und ja, mit diesem kleinen Java-Beispiel hier, also was heißt klein, aber mit diesem Java-Beispiel hier können wir das Ganze nachprobieren. Also, wir haben hier erstmal die Log4J. Das ist unsere Source-Datei für Java. Und wenn wir die mal ganz kurz uns aufmachen im Mousepad, dann sehen wir hier, das Ganze ist im Endeffekt nichts weiter als eine sehr, sehr simple Datei, die hier einfach dafür sorgt, dass Sachen mit Log4J gelockt werden. Und zwar eine ganz spezielle Sache, nämlich Logger.error. Und dann steht hier einiges. Mit Logger.error, das führt einfach dazu, dass das ganze Ding auf jeden Fall gelockt wird. Denn ja, ansonsten bräuchten wir halt eine Log4J-Konfiguration. Aber Errors und sowas werden immer gelockt. Also Errors und ja, tatsächlich Errors. Und dann gibt es halt auch noch Informationen, die werden halt standardmäßig nicht mitgelockt. Deswegen haben wir hier Punkt Error genommen. Ist eigentlich kein Fehler in dem Sinne, aber nehmen wir jetzt einfach mal an. So. Und was jetzt passiert, ist folgendes. Wir können hier drin angeben, was gelockt werden soll. Also ich kann hier drin reinschreiben, Hallo Mama. Ich kann hier drin reinschreiben, irgendwas anderes. Oder ich kann hier drin reinschreiben, Dollar, Jindy, Elda, bla bla bla. Im Endeffekt, wenn ich hier Hallo Mama oder Achtung Fehler oder sowas reinschreibe, dann ist das halt einfach ein String, der gelockt wird. So weit, so gut. Das ist ja quasi genau der Grund, warum man Log4J benutzt, damit man sich eben Informationen speichern kann. Falls zum Beispiel irgendwas schiefläuft, falls euer Minecraft-Server abschmiert, dann habt ihr die Information Minecraft-Servers abgeschmiert, weil... Und dann kommt da die Fehlermeldung. Das ist natürlich für euch als Entwickler, für euch als Betreiber mega wertvoll und darf auf keinen Fall fehlen. Deswegen gibt es ja so viel Logging. Was man jetzt allerdings hier machen kann, das sind sogenannte Lookups. Lookups sind ein spezielles Log4J-Feature. Und hier kann ich dann eben zum Beispiel Sachen ausführen, ja. Ich kann hier zum Beispiel auch hergehen und hier zum Beispiel die Java, ups, Java-Doppelpunkt-Version loggen, wenn ich tippen könnte. So, das würde mir die Java-Version abbilden, ja. Das würde halt einfach den Code ausführen, ey, gib mir meine Java-Version und speichere die in den Logs. So, das ist jetzt nicht dramatisch, aber es kann halt leider dramatisch werden und zwar mit Jindy. Jindy ist die Java-Naming-and-Directory-Interface, sorry. Und ja, diese Dinger dürfen halt mit anderen Servern kommunizieren. Das heißt, ich kann Jindy dazu benutzen, mit einem anderen Server zu kommunizieren, ja. Und dieser andere Server könnte zum Beispiel das Ding hier im Hintergrund sein. Zum Beispiel mein LDAP-Server. LDAP ist eine Nutzerverwaltung und verwaltet eben, ob sich jemand einloggen darf oder was da eben für Informationen gibt. Und diese Informationen sind natürlich super, super, ja, gefährlich. Ich kann aber auch zum Beispiel hier über meinen Logger dann, naja, zum Beispiel mein AWS-Token oder sowas an den Angreifer schicken. So, dazu machen wir mal Folgendes. Wir starten jetzt mal ganz kurz hier in unserem Ordner, im Überordner, also in Log4Shell, in der CBI drin. Da starten wir jetzt ganz einfach mal Python 3-m HTTP-Server auf 8888, also Port 8888. Und das ist im Endeffekt nichts weiter als ein Server, der Anfragen entgegen nimmt. Ja, mehr ist das nicht. Und jetzt kann ich hier mit Jindy ganz einfach sagen, ey, ich würde gerne da mal was hinschicken. Ich kann jetzt zum Beispiel einfach, wenn ich tippen dürfte, vielen Dank. Ich kann hier jetzt zum Beispiel einfach sagen, Jindy, send mal bitte eine Server-Anfrage an http-doppelpunkt-slash-slash-127.0.0.1 auf dem Port 8888 und ruf mal bla auf, ja. Das ist jetzt nicht das, was davor da stand, das machen wir gleich wieder. So, wenn ich jetzt also diese Anfrage hier starte, das Ding, der LDAP-Server im Hintergrund läuft aktuell noch gar nicht, ja. Jetzt gibt es eigentlich nichts weiter, was ich tun muss, außer hier nochmal ganz kurz reinzugehen, mein Terminal zu öffnen und natürlich muss ich Maven und Java installiert haben, das sollte klar sein. Und jetzt kann ich hier ganz einfach Maven Clean Package ausführen und kann mein ganzes Target hier bauen. Und ja, jetzt kann ich es auch ausführen natürlich. Also ich führe jetzt einfach diese Java-Datei aus. So, was ich jetzt also gemacht habe, ist, ich habe eine Anfrage an meinen Server geschickt, ähm, der hier eben auf diesem Port läuft. Ähm, und ja, das wurde jetzt halt hier eben quasi reingeschrieben in meinen, ähm, ähm, in meinen Logs. Also was ich hier quasi mit Jindy reingeschrieben habe. So, und ja, jetzt ist hier natürlich noch nicht mal wirklich was passiert, ne. Das ist halt jetzt nicht ganz so toll gelaufen. Das Problem an der Sache ist nämlich, ähm, ich müsste jetzt hier auch tatsächlich sagen, okay, was will ich denn eigentlich von diesem Server? Ja, das ist ja kein ganz normaler Netcat-Server, sondern im Endeffekt ist das bloß ein, hey, ähm, ich, ich liefere Dateien aus. So, jetzt gehen wir also nochmal ganz kurz her und schauen uns nochmal ganz kurz den Exploit an. Denn, ja, jetzt kann ich tatsächlich hierher gehen, wenn ich möchte und kann sagen, hey, ich schicke diese Anfrage, schicke ich nicht hierher, sondern ich schicke das Ding an meinen LDAP-Server. Und dieser LDAP-Server, der soll dann wiederum die Exploit-Class ausführen, ja. Der LDAP-Server ist ja quasi die, ja, eine sehr, sehr sensible Stelle, sag ich jetzt mal. Ja, und, ähm, ja, jetzt gehe ich einfach mal her und, äh, kompiliere den Exploit mit Java, see, exploit.java. So, und habe jetzt hier die exploit.class gebaut aus meinem Java-Programm. Das, wie gesagt, das macht halt quasi aus, ähm, Java-Dateien, Java-Classes. Das kennt ihr, wenn ihr vielleicht schon mal Java geschrieben habt. Und, ja, anschließend kann ich hier tatsächlich diesen Code aus der exploit.java-Datei hier auf meinem Server ausführen. Wie gesagt, das Ding läuft, also, das ist quasi ein LDAP-Server, der hier läuft. Das heißt, was wir jetzt hier machen müssen ist, ich muss hier drin sagen, ich möchte nicht, ähm, den, den Server vom Angreifer direkt ansprechen, sondern ich möchte zum Beispiel einfach den Server von dem, ja, der hier im Hintergrund läuft ansprechen. Das heißt, dieser Server, der auf, ui, ui, jetzt muss ich wissen, welcher Port das ist, auf Port 1389 läuft, also, okay, Standard, ähm, 1389. Ähm, 127.001, Port 1389 und ich möchte ganz gerne hier den exploit ausführen, ja. Das heißt, ich sag hier einfach, ey, führ doch mal bitte den exploit aus. Die sagen, ja, gut, okay, dann hole ich mir halt von dem 127.001.8888, also, von meinem Python-Server, hole ich mir halt die exploit.class-Datei, lese die ein und führ die komplett aus. Und das ist das, was Gingy hier macht. Wir sagen im Endeffekt, hol dir doch bitte aus diesem Server eine Datei, auch wenn du den Server gar nicht kennst, und führ das, was in der Datei ist, doch mal bitte kurz aus. Und das ist halt super gefährlich. Im Endeffekt ist das die Remote-Code-Execution, ähm, dass ich hier quasi beliebigen, äh, das wollte ich nicht, ähm, dass ich beliebigen Code ausführen kann. So, das da wollte ich. Und, und das hat natürlich nicht funktioniert, weil ich hier nicht Elder-Brain geschrieben habe, sondern hier immer noch HTTP drin habe. Huch, das war nicht geplant. So, ähm, Maven Clean Package natürlich nochmal ausführen, damit wir hier das Target neu bauen, und anschließend können wir das ausführen. Und, boom, ähm, wir sehen hier, wir haben hier einen Aufruf an exploit.class mehr bekommen, wie gesagt, das war ich vorher, und hier drüben bei dem HTTP-Server sehen wir, okay, ähm, hier kam ein Aufruf von 127.001 rein, und zwar wollte der einen Get-Request auf die exploit.class ausführen. So, was hier passiert ist, dass, äh, dass es ein Fail-to-Open-URL ist, im Endeffekt möchte ich hier das System, das habe ich aber, oder das wurde hier quasi in die exploit.java so reingeschrieben, ähm, es möchte die System-Applikation Calculator.app aufrufen. Das ist eine, ähm, ähm, Rechner-App, ja, und je nachdem, welches System ihr habt, äh, wird da halt der Taschenrechner ausgeführt. Das ist quasi halt einfach der Beweis, ich kann Code ausführen, welchen auch immer ich möchte. Jetzt schauen wir uns mal ganz kurz den, äh, Java-Exploit an, nur damit wir es der Vollständigkeit halber haben. Ähm, der Java-Exploit macht nichts weiteres, außer hier unten ein neues Exploit-Objekt zu erstellen, und das war's auch schon wieder. Und das wiederum ist im, ähm, im Konstruktor sieht das Ganze so aus, ist ein Static, und zwar, ähm, ja, hier bitte hol doch mal ganz kurz den Namen des Betriebssystems, okay. Ähm, ähm, und wenn das Ding ein Windows ist, dann führ doch bitte CMD aus und sag, es soll den Calculator.exe ausführen. Das öffnet unter Windows den, ähm, Taschenrechner. Und wenn es kein Windows ist, dann öffnen doch bitte die System-Applications-Calculator.app, was unter Mac, soweit ich weiß, den Taschenrechner aufruft. Aber halt nicht unter Kali Linux, was ich ja hier gerade benutze. Dementsprechend, ähm, ich kann hier reinschreiben, was auch immer ich möchte. Ich kann hier reinschreiben, bau eine Reverse-Verbindung auf, damit wir hier Drojaner haben, im Endeffekt, oder eine Hintertür haben. Ich kann schreiben, ey, mach mal Ransomware hier auf das Ding und führ alles aus. Ich kann hier wirklich alles ausführen dabei an Code. Das heißt, der Exploit ist halt wirklich nur Post-Exploitation, wenn man so möchte. Während diese Schwachstelle hier ist die eigentliche Log-for-Shell-Schwachstelle. Die führt dazu, dass wir hier eben Code ausführen, beziehungsweise erstmal eine Anfrage stellen an diesen LDAP-Server, der wiederum dann sich die Exploit-Class vom Angreifer runterlädt und hier drin den Code ausführt von der Exploit-Class. Ja, das Ganze ist ein bisschen hin und her, aber eigentlich ist der Exploit gar nicht schwer umzusetzen tatsächlich und leider sehr, sehr weit verbreitet. Deswegen, wie gesagt, auch das BSI die Warnstufe Rot ausgerufen hat. Und ja, deswegen möchte ich euch nochmal vielleicht als Server-Admins oder so auch direkt bitten, zu patchen. Wenn es bei euch nicht funktioniert, wenn ihr nicht patchen könnt, dann nehmt eure Software offline oder deaktiviert Logging komplett. Eine andere Möglichkeit gibt es aktuell, würde ich behaupten, tatsächlich nicht. Aber ich sehe nicht, warum man die Logging-Bibliothek nicht aktualisieren sollte auf die neueste Version. Das sollte definitiv drin sein. Wenn ihr irgendwelche Anwendungen hostet, die auf Java basieren, also irgendwas nicht selbstgeschriebenes, sowas wie ein Minecraft-Server zum Beispiel, da gibt es auch schon Patches dafür und ihr könnt die benutzen. Das heißt, ihr müsst euren Minecraft-Server oder was auch immer ihr habt, müsst ihr natürlich aktualisieren, damit dieser Exploit nicht mehr funktionieren kann. Denn aktuell gehen wirklich Botwellen rum und die machen das halt wirklich automatisiert. Also es gibt Ransomware-Botwellen, es gibt Drojaner-Botwellen, es gibt alles Mögliche. Und wenn ihr infiziert worden seid, dann setzt bitte euer komplettes System auf Null zurück. Dann müsst ihr wirklich von vorne anfangen und alles von vorne aufsetzen. Dementsprechend, ja, ich hoffe, ihr wurdet noch nicht irgendwie getroffen von irgendwas und ich wünsche euch einen wundervollen, entspannten Tag beziehungsweise, ja, Woche, wie auch immer und viel Erfolg beim Patchen. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.